Heute geht es um die internationalen Organisationen, die top internationalen Organisationen. Also massenweise VWL wissen heute, liebe Leute. So, wir gucken uns erstmal die Gründe an, warum es denn überhaupt internationale Organisationen braucht. Und gucken uns dann die wichtigsten an, und zwar G7, G20, die UNO, Internationalen Währungsfonds, die Weltbank, Welthandelsorganisation, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung und den Finanzstabilitätsrat. Ja, massenweise Programm, liebe Leute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. So, warum gibt es denn überhaupt internationale Organisationen? Ich sage mal, also wenn wie eben ein nationaler Staat, ein Land eben auch hier eine gewisse Verwaltung und eine Aufsicht braucht, trotz desgleichen natürlich auch im internationalen Bereich. Ist ja völlig klar, das ist ja völlig Logo. So, ich habe hier jetzt mal drei Aspekte herausgearbeitet. Es gibt noch weitere, mehrere Aspekte, aber die wichtigsten drei, denke ich, habe ich mal herausgearbeitet. Also der erste Aspekt ist zum Beispiel der internationale Handel. Ja, wir sehen hier die internationalen Handelsströme, globale Handelsströme, und zwar jetzt 2016 in Milliarden Dollar. Aber das ist zwar fünf Jahre alt, aber das ist völlig egal, weil diese Handelsströme, die ändern sich so schnell nicht. Die werden im Grunde natürlich etwas größer, aber sagen wir mal, die Hauptaspekte, die bleiben immer dieselben. So, wir sehen jetzt hier einen riesengroßen Handelsstrom aus dem Asien-Pazifischen Raum hin nach Nordamerika. Ja, und wir sehen einen kleineren Handelsstrom, der zurückgeht. So, das ist eben dieser dauerhaft schweilende Konflikt zwischen USA und China. Ja, und zwar aufgrund der Schere zwischen Importen und Exporten. Ja, Amerika importiert deutlich mehr aus China, als es eben dorthin exportiert. Und das ist eben dieser Dauerkonflikt, dieser Dauerhandelskonflikt zwischen Nordamerika und China. Wir sehen hier auch Handelsströme zwischen China und Europa. Ja, die sind aber relativ ausgeglichen. Ja, die sind relativ ausgeglichen. Wir importieren etwas mehr aus China, aber wir exportieren eben auch ein bisschen weniger wieder zurück. Ja, und auch dieser Handelsstrom zwischen Europa und Nordamerika, ja, der ist auch fast doppelt so dick wie der von Nordamerika zurück nach Europa. Auch das ist eben ein dauernder Konflikt zwischen Amerika und Europa. Also, zunehmender internationaler Handel und Ungleichgewichte in den Im- und Exporten, ja, das sehen wir. So, nächster Aspekt ist Armut und Reichtum. Die Schere zwischen armen und reichen Ländern geht immer weiter auf. Ja, wir sehen hier mal die Welt, ja, und das, was blau ist, das ist hier einigermaßen positiv, ja. Also blau, zum Beispiel das Dunkelblaue, das heißt, weniger als 10% der Bevölkerung leben also unterhalb der nationalen Armutsgrenze oder Schwelle. Ja, also, da sehen wir, witzigerweise, das ist China, ja, China, da sind, also, da leben also die wenigsten Leute in Armut, ja, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Da sehen wir hier so ein bisschen hellere Bereiche, ja, das ist jetzt hier Amerika, Nordamerika und Kanada, Alaska, dann hier Russland und hier alles Mögliche und auch Teile von Europa. Die sind, die sind hellblau hier, ja. Hellblau, das bedeutet 10-20% der Bevölkerung lebt unterhalb der Armutsschwelle. Also, wir sehen auch hier, auch hier in Deutschland, ja, gibt es auch massenweise Leute, die unterhalb dieser Schwelle leben, liebe Leute, ja. Ganz, ganz krass ist es natürlich hier erwartungsgemäß in Afrika, ja, da gibt es auch aus einigen, aus einigen Ländern wie zum Beispiel Australien oder hier, ja, Mittelafrika und auch hier Saudi-Arabien, da gibt es leider gar keine Daten, ja. Ja, hier Südamerika sieht auch nicht so toll aus, ja, Indien ist auch arm, hier Mongolei ist arm, also, wir sehen hier, wir sehen hier massenweise Konfliktpotenzial, ja, was das angeht. So, hier sehen wir jetzt die 20 reichsten Länder, ja, das sind hier von den Vereinigten Staaten Nummer 1, China 2 bis runter 20, Platz 20 ist die Schweiz, ja, also ganz grob, ja. Die erzeugen 75% des Welt-Brutto-Inlandsproduktes, in dem Fall heißt es dann Brutto-Nationaleinkommen, aber das ist jetzt mal egal, ja. Also, die 20 wirtschaftlich stärksten Staaten erwirtschaften ca. 75% des Welt-Bips. So, nächster Aspekt, Konflikte und Kriege, ja, hier sehen wir mal eine Karte, weltweit, wo es überall politische Konflikte auf nationaler und internationaler Ebene gibt. Ja, so, je dunkler, desto mehr Krieg, würde ich sagen, ja, also hier zum Beispiel hier Brasilien, ja, dann hier in Afrika ganz, ganz viele Länder, wo es ständig irgendwelche Kriege gibt, ja. Und hier in den helleren, blauen Gebieten, da gibt es halt begrenzte Kriege oder gewaltsame Krisen oder gewaltlose Krisen oder eben Dispute. Das sehen wir auch hier in Deutschland, ja. Deutschland ist eine gewaltlose Krise, würde ich sagen. Oder gewaltsame, ne, gewaltsame glaube ich nicht, aber gewaltlos, ja. Also, wir sehen die meisten Teile der Welt, ja, außer hier Australien, ja, in der Mongolei gibt es auch keine Konflikte, Australien gibt es keine Konflikte, ja. Und natürlich hier in Grönland, liebe Leute, da gibt es auch nur wenige Konflikte. Ansonsten sehen wir überall auf der Welt Konflikte, und zwar nehmen die auch eher zu, als sie abnehmen, ja. So, das sind jetzt hier mal drei wichtige Aspekte, die es eben notwendig machen, dass wir hier auf der Welt hier internationale Organisationen haben, ja. Die versuchen eben diese Konfliktpotenziale, entweder wirtschaftlich oder auch politisch, ja, oder auch humanitär, irgendwie versuchen eben zu bekämpfen, ja, diese Konflikte. Dafür braucht es internationale Organisationen, liebe Leute. So, jetzt schauen wir uns doch mal, jetzt schauen wir uns erst mal die Staaten der Erde an, ja. Wo über sprechen wir überhaupt? Wie viele Staaten gibt es denn überhaupt auf der Erde, ja? Es gibt also 193 Länder und Staaten, die von der UNO anerkannt sind, ja, 193. Und es gibt zwölf Länder und Territorien, die eben nicht von der UNO anerkannt sind, ja. Das ist unter anderem Taiwan, ja. Die UNO hat China anerkannt und nicht Taiwan. Taiwan ist nicht anerkannt. Vatikanstadt ist auch nicht anerkannt, ja. Palästina ist auch nicht anerkannt, Nordzypern auch nicht, Westsahara, Kosovo und eben einige Pazifikinseln. Die sind von der UNO nicht als Länder und Territorien anerkannt. Okay, so, jetzt gucken wir uns mal die internationalen Organisationen an, ja, die wir jetzt gleich mal in relativ schneller Abfolge behandeln werden. So, das ist einmal die G7, das ist die G20, das heißt Group of Seven oder Group of Twenty, ja. Dann die UNO mit ihren Tochterorganisationen Internationaler Währungsfonds, IMF, also International Monetary Fund, ja. Und die Weltbankgruppe, WBG, World Bank Group. Dann die Welthandelsorganisation, World Trade Organization, WTO. Dann die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD. Und schließlich den Finanzstabilitätswahrt FSB. All das werden wir uns jetzt schnell angucken, ja. Ist natürlich jetzt nur ganz grob, ja. Kann man in dem Rahmen nicht machen. Ich mache da wahrscheinlich nochmal einzelne Filme zu einzelnen Organisationen. Ein bisschen ausführlicher, aber erstmal so als Überblick, ja. So, hier sehen wir jetzt also die G7, die Group of Seven, ja. Das ist ein informaler Austausch über aktuelle internationale Themen finden da statt, ja. Wir sehen ja immer die tollen Bilder irgendwie vom Meer oder aus den Bergen oder, ne, in den Tälern. Also hier in Deutschland war es an dem Gebirge mal gewesen, ja. Und das sind ja immer die tollen Bilder, wie die da immer so herumsitzen, ja. Und dann hier ein bisschen herumlabern, ja. Also dieser informale Austausch, der ist super wichtig, ja. Also es muss ja nicht immer alles mit Protokoll, ja. Wenn irgendwas mit Protokoll abläuft, das ist dann immer so wie so eine Zwangsjacke. Und wenn man sich da mal am Kamin oder beim Abendessen mal einfach so austauschen kann, das ist sehr, sehr wichtig. Das sieht immer so ein bisschen nach Urlaub aus, ist aber im Grunde auch wirklich harte Arbeit. Ja, das muss man auch mal würdigen. So, G7. 10% der Weltbevölkerung werden da repräsentiert und 46% des Weltbruttoinlandsproduktes oder Nationaleinkommenswild, Bruttonationaleinkommens, besser gesagt. Ist aber im Grunde dasselbe, ist egal. So, also wer gehört dazu? Italien, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, USA, Kanada und Japan. Ja, habe ich erst vergessen. Frankreich, glaube ich, ja. USA, Japan, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada. Ja, und eben die ganze EU ist auch immer als Beobachter dabei. Ja, die sitzen da immer nur dabei und gucken zu. So, früher waren das eben, die G7 ist also 1975 entstanden, ja. Und früher waren das eben die G8, ja, G8. Also Russland wurde 1998 aufgenommen zu den damals G7. Ja, dann waren es die G8 bis 2014. Und dann Ukraine-Krise, ja, da wurde dann Russland gleich wieder rausgeworfen. Ja, und Russland ist eben jetzt seitdem abgeschnitten von diesen Informationen, die da ausgetauscht werden. Und das ist natürlich nicht sehr gut, ja. Da verpasst Russland einiges. Okay, das war eben die Sanktion, ja. So, hier die G7 nochmal, ja. Wir haben also jetzt hier, die G7-Staaten haben also 768 Millionen Bevölkerung. Weltweit haben wir 7,6 Milliarden, also das sind 10 Prozent, ja. Und hier sehen wir eben das Bruttonationaleinkommen. Das sind dann eben hier 39 Billionen, ja. Und wir haben insgesamt 85 Billionen. Das sind also knapp 46 Prozent des Weltbruttonationaleinkommens von den G7-Staaten erzeugt. So, machen wir weiter. Die G20, ja, da haben wir jetzt die wichtigsten 20, die größten 19 Staaten, ja, der gesamten Erde. Plus die EU als wieder 20. Jahr, ja, auch wieder als Beobachter dabei. Glaube ich zumindest, dass es nur Beobachter ist. Es kann auch sein, dass es hier auch Mitspracherecht hat. Aber ich glaube, das ist auch nur Beobachter. So, es wird wieder abgestimmt über wirtschaftliche und finanzpolitische Themen. Auch wieder ein informaler Kreis, mehr oder weniger, ja. Ja, die ganzen Staaten sieht man hier, was man sieht. Also, die größten Teile von Afrika sind natürlich jetzt nicht dabei. Was heißt natürlich, sind nicht dabei, weil sie eben wirtschaftlich zu schwach sind. Südafrika ist dabei, ja. Australien ist dabei, Russland ist jetzt da auch dabei, ja. Russland ist auch dabei, da ist es nicht ausgeschlossen. So, in den G20 direkt oder indirekt vertretenen Staaten leben knapp zwei Drittel der Weltbevölkerung, also 66% der Weltbevölkerung. Die erzeugen 85% des Weltbibs, ja, und sorgen für 75% des Welthandels. Also, auch ein ganz wichtiger Zirkel, ja, diese G20. So, und jetzt kommen wir zur UNO, United Nations Organization. So, hier sehen wir mal, ja, die Staaten, die von der UNO anerkannt sind, sind alle rot, ja. Und die Schwarzen sind nicht anerkannt. Westsahara, Vatikanstadt, Kosovo, Nordzypern, Palästina, Taiwan. Also, Taiwan ist wahrscheinlich da mehr oder weniger der Wichtigste, der nicht anerkannt ist, ja. Kein Mitglied bei der UNO. So, jetzt gucken wir uns mal die UNO kurz an und zwar gehen wir jetzt mal in Wikipedia, ja. Hier, die Organisation der Vereinten Nationen, UNO, auch UNO genannt, sind ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 Staaten und als globale internationale Organisation ein uneingeschränkt anerkanntes Völkerrechtssubjekt, rein juristisch, ja. Ja, das ist also, wenn man zum Beispiel jetzt die UNO-Gebäude, sagen wir mal, man hätte eins, also die Österreicher zum Beispiel haben eins in Wien, ja, dann ist dieses Territorium, dieses Gebäude, das gehört nicht zu Österreich, ja. Und diese ganzen UNO-Diplomaten, die haben auch eben hier, die können jetzt juristisch nicht verfolgt werden, ja. Das ist ganz wichtig, das ist ein eigens anerkanntes Völkerrechtssubjekt. Die wichtigsten Aufgaben der Organisation sind gemäß ihrer Charta die Sicherung des Weltfriedens, die Einhaltung des Völkerrechts, der Schutz der Menschenrechte und die Förderung der internationalen Zusammenarbeit. Im Vordergrund stehen außerdem Unterstützung im wirtschaftlichen, sozialen, humanitären und ökologischen Gebiet. Siehe auch diese Millennium-Ziele der UNO, ja. Da gibt es tolle Millennium-Ziele, Millennium-Ziele, ja, die die herausgegeben haben, die eben für die ganze Welt, also für diese 193 Länder eben alle gelten. So, nochmal hier in New York, 1945 gegründet. Der Hauptaspekt ist ein Weltfrieden, Völkerrecht, Menschenrechte, internationale Zusammenarbeit. So, hier kann man sich alles nochmal schön angucken, ja. Das ist hier jetzt hier der Sitz in New York, ja. Das ist dieses Gebäude hier. Dann haben wir hier noch diesen Sitz in Genf, der sieht so aus. Ja, ist auch nicht ein bisschen klotzig aus, ja. Ja, wie so eine Trutzburg und dann hier eben in Wien. So sieht das in Wien aus. Mann, Wahnsinn, oder? Wahnsinns Gebäude, würde ich sagen. Toll, ja, toll. So, hier haben wir nochmal die Millennium-Entwicklungsziele. Das ist zum Beispiel jetzt Bekämpfung von extremer Armut und Hunger, dann Schulbildung, Gleichstellung der Geschlechter, Senkung der Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheitsversorgung der Mütter, Bekämpfung von HIV, Aids und Malaria, ökologische Nachhaltigkeit und Aufbau einer globalen Partnerschaft für Entwicklung. So, das sind alles sehr, sehr wichtige Ziele, ja. Die betreffen uns jetzt nicht direkt, aber indirekt, ja. Daran muss man immer denken, dass wir da indirekt immer damit irgendwie zu tun haben. So, hier nochmal kurz, ganz kurz nochmal die Hauptorgane. Das ist eben die UN-Generalversammlung, ja. Das ist eben dieses Ding, was man hier auch ganz oft so im Fernsehen sieht, ja. Dann haben wir hier den, in Den Haag, den internationalen Gerichtshof, ja. Dann haben wir hier den Sicherheitsrat, den sind wir auch ganz oft im Fernsehen. Manchmal darf da ein Deutscher auch mal was sagen, ja. So, hier Wirtschafts- und Sozialrat, Treuhandrat, so. Und den Rest, glaube ich, den schenken wir uns jetzt, sonst wird das hier alles zu lang und zu kompliziert. Alles sehr, sehr spannend und sehr interessant, finde ich das, ja. Das ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr interessant. So, wir müssen weitermachen, ja. So, liebe Leute, und jetzt mal aufgepasst, ja. Jetzt kommen wir hier zum Internationalen Währungsfonds und zur Weltbank, ja. Das sind ja jetzt die Tochterorganisationen der UNO. So, und jetzt mal ein kleines Bilderwitzel, ja. Guckt euch mal dieses Foto hier an, ja. Das da. Und dann gehen wir zur Weltbank und dann guckt euch mal das da an. Ja, was fällt auf? Was fällt auf? Das ist dasselbe Gebäude, ja. Und das klage ich an, ja. Ja, also Wikipedia, Wikipedia ist nicht präzise, ja. Wikipedia ist nicht präzise. So, nur ganz kurz, ja, nur ganz kurz. So, hier ist Washington, ja. Die beiden sitzen in Washington. So, so sieht das Gebäude aus vom IWF und so sieht das Gebäude aus der Weltbank, ja. Man sieht auch hier auf der Karte, hier sitzt der IWF, ja. Und hier, nicht weit daneben, aber doch ein ganz anderer Block, ja. Da sitzt die Weltbank. Und hier ist übrigens das Weiße Haus in Washington, ja. Das White House, hier. Also sitzen die gar nicht mal so weit vom Weißen Haus entfernt. Aber doch ganz andere Blocks und ganz andere Häuser, liebe Leute. Und das klage ich eben an, wenn Wikipedia das nicht irgendwie sauber da hat. Ja, das finde ich jetzt nicht toll. Das finde ich überhaupt nicht toll, aber ich will jetzt darauf auch nicht weiter herumreiten. Vielleicht werde ich das nachher mal ändern. Okay, sei es drum. Wir fangen jetzt an. Internationaler Währungsfonds, der IWF, also IWF heißt es auf Deutsch und IMF International, ist eine rechtlich, organisatorisch und finanziell selbstständige Sonderorganisation der Vereinten Nationen mit Sitz in Washington, D.C. in den USA. Hauptaufgabe des IWF ist die Vergabe von Krediten an Länder ohne ausreichende Währungsreserven, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten sind. Also der IWF hilft also, wie zum Beispiel in der Griechenlandkrise, ganzen Ländern aus der Patsche. Wenn die irgendwo Zahlungsschwierigkeiten haben, wenn die kein Geld mehr haben, um irgendwas zu bezahlen, dann bekommen die vom IWF eben Geld. Kredite für Länder in Zahlungsschwierigkeiten und eben auch noch allgemeine Wirtschaftsförderung. Wurde 1945 gegründet, Sitz in Washington. So, und damit können wir das, glaube ich, auch schon wieder verlassen. In aller Kürze haben wir das jetzt mal dargestellt, was der IWF so macht. So, dann gehen wir weiter zur World Bank Group. Das ist also jetzt hier dieses Gebäude. Das ist jetzt das, was jetzt hier in Wikipedia richtigerweise angezeigt wird, nämlich dieses hier. Da sitzt also die World Bank Group. Wer sie mal suchen sollte in Washington, bitte dieses Gebäude hier suchen. So, die Weltbank bezeichnet im weiteren Sinne, im weiten Sinne, die in der US-amerikanischen Hauptstadt Washington DC angesiedelte Weltbank Gruppe, eine multinationale Entwicklungsbank. Das ist der Unterschied zwischen dem IWF und der Weltbank. Die IWF, die unterstützt alle Länder. Alle Länder, die in Zahlungsschwierigkeiten geraten, die werden vom IWF unterstützt. Und die Weltbank hat eben den Auftrag, für die armen Länder Entwicklungsarbeit zu leisten und ihnen dafür auch Kredite zur Verfügung zu stellen. Also, die müssen auch ganze Konzepte für arme oder die entwickeln auch ganze Konzepte, Hilfskonzepte, Entwicklungskonzepte für arme Länder. Das ist ein Riesenunterschied zum IWF. Wobei sich im Laufe der Zeit diese beiden Organisationen auch immer mehr so überlappen. Aber es ist auf jeden Fall ein Unterschied, muss man ganz klar sagen. Die Weltbank Gruppe hatte ursprünglich den Zweck, den Wiederaufbau der vom Zweiten Weltkrieg verwüsteten Staaten zu finanzieren. Also, deswegen wurde das auch alles 1945 nach dem Weltkrieg gegründet. Und die Weltbank Gruppe, die besteht eben aus mehreren unterschiedlichen Organisationen. Das ist die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, Internationale Entwicklungsorganisation, Internationale Finanz Corporation, Multilaterale Investitionsgarantieagentur und die Internationales Zentrum für die Beilegung von Investitionen, Investitionsstreitigkeiten. Also, diese fünf Organisationen bilden zusammen die World Bank Group. Entwicklungskredite für arme Länder. So, nächste. Wir müssen weitermachen. WTO, World Trade Organization. So, wird hier weitergeklickt. Welthandelsorganisation, ja, WTO. Die Welthandelsorganisation, jetzt muss ich mal gucken, hier ist eine internationale Organisation mit Sitz in Genf. Sitz also in Genf, in der Schweiz, die sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt. Sie wurde 1994 aus dem General Agreement of Tariffs and Trade in der Uruguay-Runde nach siebenjähriger Verhandlungszeit gegründet. Sieben Jahre haben die verhandelt und dann haben sie die WTO gegründet. Am 1. Januar 1995 nahm sie ihre Arbeit in Genf auf. Sie ist neben dem IWF und der Weltbank eine der zentralen internationalen Organisationen, die Handels- und Wirtschaftspolitik mit globaler Reichweite verhandelt. Also, alle Regelungen von internationalen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen, eben auch dieser Konflikt zwischen USA und China, das wird im Grunde alles vor der WTO ausgetragen, ja. Und dort eben auch, unter Aufsicht wird das dort alles ausgetragen. Das ist eben der Sinn und Zweck von dieser Organisation, ja. So, wollen wir weitermachen? Sonst wird das hier alles ein bisschen zu lang. Jetzt kommen wir zur OECD, Organisation for Economic Cooperation and Development. Die nächste internationale Organisation, das ist also die hier. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, ja, bla 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 bla, ist eine internationale Organisation mit 38 Mitgliedschaften, die sich der Demokratie und Marktwirtschaft verpflichtet fühlen. Also, da sind also nur Demokratien und Marktwirtschaften dabei. Und zwar auch nur 38, und zwar die 38, die reichsten, ja. Die meisten Mitglieder gehören zu den Ländern mit hohem Pro-Kopf-Einkommen und gelten als entwickelte Länder. Sitz der Organisation und ihrer Vorgängerorganisation, bla bla bla, ist seit 1949 das Schloss La Mouette in Paris. Also, Sitz in Paris, 1969 gegründet. 1949 wurde die Vorgängerorganisation OEEC gegründet. Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, das ist also das Ziel der OECD. Also, hier sitzt sie also hier in Paris, so sieht das Gebäude aus. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Ist ja auch nicht schlecht. So, hier die Aufgaben, wo sind sie, Mitgliedstaaten? Die haben hier massenweise Arbeitsbereiche, Altersvorsorge, Beschäftigungspolitik, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, Korruptionsbekämpfung, Migration, Umwelt, Steuern, verantwortliche Unternehmensführung, Wirtschaftspolitik. Also, die haben hier Themen ohne Ende und die machen auch immer sehr, sehr gute Studien. Wenn man mal irgendwas sucht, die haben immer sehr, sehr gute Studien. Hier nochmal die ganzen Länder, die zur OECD dazugehören, 38. Die dunklen sind die Mitgliedstaaten und die anderen sind Beitrittskandidaten. Okay, so, und jetzt kommen wir zum letzten und das ist der FSB, der Financial Stability Board. Das machen wir jetzt hier noch. Ja, der, das Secretariat to the Financial Stability Board Bank for International Settlements. Wow, das ist aber jetzt ein richtig langer Name. Im Deutschen, warum auch Finanzstabilitätsrat bezeichnet, ist eine internationale Organisation, die das globale Finanzsystem überwacht und Empfehlungen ausspricht. Es ist auf dem Gipfel der G7 im April 2009 in London als Nachfolger des Blablabla eingerichtet worden. Also, in der Finanzkrise wurde das Ding eingerichtet und zwar eben aus dem Grund, weil eben damals das gesamte Finanzsystem drohte, wirklich knapp dran war, am Zusammenbrechen. Ja, neben Institutionen aus den G20-Staaten sind internationale Einrichtungen wie die Weltbank, Europäische Zentralbank und die Europäische Kommission sind da Mitglied. Also, sitzt also in Basel, ja, gibt es noch ein schönes Gebäude? Nein, gibt es leider nicht. 2009 gegründet, internationale Finanz- und Währungsstabilität hat dieses FSB zur Aufgabe. Ja, ganz wichtig. So, liebe Leute, das soll es gewesen sein, ja, für den heutigen Film. Noch ein kurzer Spruch von unserem Freund Einstein, ja, oder Vorbild, ja. Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein einziges unglückliches Kind auf Erden gibt. So, dieser Satz, über den kann man mal etwas philosophieren, ja. Und ich sage mal, bleibt einfach und bis bald. Tschüss, ciao und servus. Goodbye.